Die ganze Nacht über haben Fähren, Leichen über den Fluss Hudson gebracht, haben Taxen ihre Sitze ausgebaut, um ebenso Leichen von Opfern wegbringen zu können. Das Erstaunlichste war wahrscheinlich, dass niemand zu finden war. Noch nicht einmal Hunde konnten Menschen aufspüren. Es ist, vielleicht muss man sagen, Gott sei Dank, kein Wohngebiet. Dort unten sind Büros und es war kurz vor neun. Es ist kein Wohngebiet, nicht auszudenken, wenn es auch noch in der Mitte eines Wohngebiets gewesen wäre, was da hätte passieren können. Wie viele gar ums Leben gekommen sind, Hunderte ganz sicherlich, das haben wir schon gesagt, vielleicht sogar Tausende oder noch viel mehr.